Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Alix. Jo, hallo, ich will handeln. Zeig mir deine Ware. Mal schauen, was du überhaupt hätte. Alix-Trank. Kleiner Alix-Trank, starker Alix-Trank. Brauchen wir, glaube ich, nicht, ha? Können wir das jetzt schon? Glaube ich nicht, ne? Sonst würde das ja da stehen. Ja, teuer wär's ja nicht. Ich nehm's einfach mal mit, weil was wir haben, haben wir fertig. So. Ich glaube, verkaufen technisch bringt sie nix, ne? Dieses Plasma-Gewehr könnten wir fast führen. Wir bräuchten nur noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Plasma-Ball, also mit Plasma-Magazin-Größe, Einzelschuss, Reichweite, da wird Plasma-Gewehr, ne? Der braucht natürlich die Plasma-Dingens. Munition. Jo. Ja, bitte. Passt. Ähm, ja. Vielleicht irgendwann mal. Halt, falsche Seite. Was? Da war was? Halt, da ist was. Was ist da? Elektroschrot. Bitte sehr, bitte gleich. So, die Dirtl, das Dirtl da können wir aufmachen. Da können wir rein. Wenn wir uns ein bisschen durchhacken, also hacken wir uns durch. Einmal hacken, bitte. So, fangen wir halt mal an. So, so, so und so. Echte Zahlen stimmen, nur verkehrte Reihenfolge. Okay. Sieben. Ah, das passt nicht. Geht gar nichts. Ähm. Hm. Okay. Ah, jetzt wird es passen, ha? Ah, stimmt auch noch nicht. Okay. Ähm. Ah, warte, das stimmt auch nicht. Da hat schon die Acht dann gepasst, ne? Acht. Ich würde mal sagen sieben. Okay, passt nicht. Die Acht passt überhaupt nicht. Dann vielleicht... doch die Fünf. Hier vielleicht die Sieben. Da vielleicht die Sechs und da vielleicht die Acht. Geht ja. Ja, geht ja. So. Hallo. Körperschild. Drohnenkontrolle. Kleinerweise Stein. Wie schön. Ach, wie fein. Mehr gibt es hier nicht. Mhm. Also jetzt mal ganz ehrlich, viel war das jetzt nicht, gell? Dass man das gleich mal ein... Dass man das gleich mal vermerkt, gell? Ja. Naja. Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Dann fahren wir weiter rauf. Und hoffen, dass wir nicht verrecken. Oh. Bilibieb. Das hört sich ungut an, wenn's Bilibieb macht. Aber da können fast keine Gegner sein, wenn unterhalb die Separatisten sind. Verschlossen. Zwei von drei. Ich könnte heudeln. Weil wir nix können. Bilibieb. Aber, da fällt mir grad was ein. Haben wir nicht irgendwas mit nem Dieb? Also, ähm, ein Schmuck oder so? Rüstung. Da. Moment. Ähm. Eine Schachterhose. Praktische Arbeiterhose. Ah. Ähm. Amulett-Dienstleisters. Praktiker. Schlossknacken. Die... Das wollte ich. Amulett des Abenteurers. Genau. Äh. Praktiker. Keine Ahnung. Schlossknacken. Tierfreund überleben. Was hätte man da? Geschicklichkeit überleben. Okay. Ähm. Vielleicht klappt das jetzt. Wartet mal. Wo war jetzt die Truhe? Da irgendwo, ne? Da irgendwo. Da. Jawohl. Jetzt geht's ja auf. Oder wir können's halt aufbekommen. Mal schauen, ob's so einfach geht. Aha. Fatschneiden. So einfach. Das kann's wohl laut sagen. Ich hab einfach nur mal probiert. Talent des Multitalents. Wie cool. Stärke, Geschick und Kampf wird erhöht. Ja, war gar nicht so schlecht, meine Herren. Bist du gescheit. Energie, Speicher, Elixit und Energiezahlen. Wir tun immer alles mit. Aber schön flottig. Ja, cool. Boah, das war jetzt cool. Also, das hat's jetzt echt ausgezahlt. Muss man echt sagen. So. Wilderass. Reifen Multitalent, glaube ich. Das hört sich nicht so schlecht an, ne? Das ist echt ein cooles Teil. Oha. Sehr fisch. Hoppala. Ich häng schon wieder wo fest. Dabei wollte ich nur eine Runde gehen, damit ich looten kann. noch, was es hier so eben tut, ne? Halt. Eisenirds. Ah ja, da kommt man hoch, ne? Dann passt das schon. Ähm, die Runde muss ich noch fertig drehen. Aber ich glaube, das passt schon so. Da haben wir alles mitgenommen. Passt. Weiter hoch geht's hier nicht, außer hier zu Fuß eben. Jetzt sind wir schon fast ganz oben. Ich hätte vielleicht die Quest aktivieren sollen. und nicht Pfosten. Was haben wir hier? Oh, noch mal eine Truhe. Geht ja auch so einfach. Ja, ja, das war klar. Wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht so, vielleicht so, vielleicht so und so. Jawohl. Zu einfach. Ja. Naja, ein Dietrich ist abgebrochen. Energieregel. Kleiner Alex, Trank und Eisenerz. Wir nehmen natürlich alles mit. Und, Sesam, gehst du auf? Du Diedl. Schaut nicht so aus. Wir werden die Quest aktivieren. Halt, so. Äh, Converter Südabessa. So, zack. Das ist natürlich hier. Und wir müssen ein Stückchen zurück. Das habe ich schon befürchtet gehabt. Tap, tap, tap. Wir müssen sogar noch runter. Schön. Ah, das reicht mit runter. Okay. Ah, hier müssen wir hin. Okay. Ja, das hätte ich. Ja. Egal. Converter abschalten, bitte. Wow. Tausend Erfahrung. Ah, das mit Praktika ist wahrscheinlich für XP mehr. Okay, muss ich wiederum rüsten. Miep, miep. Gut, dann rüsten wir das wiederum. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Fertig aus. Wenn wir im Kampf sind, können wir das ja eh noch ändern. Wo ist es denn? Dienstleister. Hier. Mission geben wir Erfahrung. Steht ihr da? Warum lese ich denn nicht? Weil ich nichts kann. Richtig. So. Jetzt schauen wir mal, ob die Tür da oben offen ist. Vielleicht kommen wir ja raus. Vielleicht filmen wir noch was an. Das wäre ganz famos. Tup, 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 tup. Ja, die Tür ist offen. Schön. Hallöchen. Das ist so ein Landeplatz eigentlich, ne? Wow. Wow. Die Welt ist so schön. Obwohl es das meiste hin ist. Aber es ist trotzdem schön. Tup, tup, tup. So. Hier kann man nicht rein. Okay. Von der Seite vielleicht. Nicht wirklich. Kann man hier ganz rauf. Ja, das würde gehen. Ich möchte gerne da runter. Ist das normal, dass das wackelt? Was haben wir denn da? Objektsicht. Eine Goldraune. Oho. Starker Alex-Trank. Kleiner Alex. Kleiner Alex-Trank. Machtstoß. Splittergranate. Splitter-Rakete. Und nochmal eine Splitter-Rakete wahrscheinlich hier, ne? Halt. Warte. So. Passt. Dann drehen wir uns einmal im Kreis. Eine Öllampe. Noch mehr im Kreis. Und sonst ist nix mehr, ne? Passt. Schön. Dann hätten wir das soweit. So. Jetzt müssen wir zu dem gnädigen Herrn runter. Ich würde sagen, wir porten uns runter. Das geht, glaube ich, am flinkesten. Hoffe ich mal. Ja, bitte. Vielleicht können wir jetzt gleich noch ein paar, ähm, vielleicht können wir uns jetzt gleich noch was abstauben. Jetzt, wo das nicht mehr geht, dürften wir da kein... Doch, ich bin trotzdem noch schaden. Boah. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe echt gehofft gehabt, dass man da jetzt da was machen kann. Nö, kann man nicht. Okay. Dann habe ich jetzt umsonst schaden bekommen. Ist ja burscht. So. Begrüße. Servus. Servus. Begrüße. Hallo. Grüß dich. Servus. So. Nun mal zur Kontrolle, ob man da schon was sagen kann. Hallo. Jawohl. Der Südabesser-Konverter schweigt. Der Südabesser-Konverter schweigt. Damit wäre dieser Stein des Mosaiks gelegt. Mhm. Die Soldaten in Xarkor werden sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden uns auf ihre Ankunft vorbereiten. Und die anderen Konverter? Unwichtig. Wir haben hier erst einmal alle Hände voll zu tun. Du weißt, wie man sie abschaltet. Entscheide selbst, ob es strategisch klug ist, weitere von ihnen lahmzulegen. Schön. Was soll das jetzt wieder? Ich denke schon. Wenn wir die ausräuchern möchten, die Leute. Wäre schon gut. Können wir denen dann helfen, wenn sie angegriffen werden? Das wäre cool, weil dann wird man höchstweise... Überhautenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Hey, du bist nicht nett. Echt nett. Freund. Wirklich nett. Gut. Ich würde sagen, wir speichern das mal. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Das muss ich nicht immer sagen. Das macht mir voll Depri. Ich habe Gefühle. Ja. So. Gut. Halt. Ähm. Fein. Quest. Ne? Ähm. Ja. Vor allem, wie schaut es mit Level Up aus? Aha, jetzt haben wir gerade mal die Hälfte voll. Okay. Was dauert noch ein bisschen? Eda. So. Was haben wir da jetzt noch? Na, würdest du? Äh. Äh. Okay. Lädt. Eda. Da ist noch der Wal Berserker. Da haben wir uns das sehr gut. Geduld. Ähm. Ja. Kalax können wir da mal nichts machen. Da geht nichts. Der alte Mann. Tod eines Genies. Okay. Wir könnten... die anderen Converter schon mal ausschalten, probieren. Starker Alex-Trank. Starker Energiespeicher. Genau, die Rezepte, die wir gekauft haben, ne? Starker Alex-Trank. Kleiner Alex-Trank. Oh, da hatten wir schon eines. Mist. Können wir dann verkaufen. Normal ist ja wurscht. Ähm. Okay. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten eigentlich was lernen gehen, ne? Was brauchten wir jetzt für die nächste Waffe? Ich glaube, da braucht man ein bisschen Stärke, ne? Wir könnten wirklich einen Abstecher machen. Zu... Zur Smide. Hier. Ja, bitte. Dann könnten wir unsere Einhandwaffe ein bisschen aufmotzen. Weil ich glaube, den Zweihänder können wir noch nicht führen, ne? Da fällt uns noch ein bisschen Muck. Also ein bisschen Schmalz. So. Die Werkbank. Ähm. Hier. Vier Stufe zwei. Braucht man. Ah, da fehlt noch einiges. Da 44 und 64. Okay. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Schließen. Ähm. Ich könnte aber trotzdem mal drauf hinarbeiten, ne? Ist ja wurscht. Eigentlich. Ja, ja. Also hier zwei braucht man. Was? Da braucht ich schon fünfe? Oh! Puh. Ich glaube, dann werde ich es lieber so machen. Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Ja. Ich glaube, dann mal ist es lieber so. Ähm. Übernehmen. So. Dann brauchen wir hier noch drei und da noch eins. Puh. Brauchen wir noch zwei Level-Ups eigentlich, ne? Das ist echt fies. Richtig gemein. Aber warte mal. Wenn wir jetzt da... Ah, das ist eine schwere Entscheidung. Wenn ich jetzt mal angenommen... Ich nehme den hier mit Multitalent. Dann hätte ich nur hier brauchen, ich Idiotin. Dann hätte ich genug gehabt. Ja, jetzt ist es auch schon spät. Beim nächsten Mal dann. Dann könnte man eigentlich das schon tragen. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich mich permanent umrüste. Wenn ich dann die Quest-Missionen gebe, mehr Punkte, mehr Erfahrung. Hm. Ich lasse das mal so. Ist ja wurscht. Also, Stärke, Geschicklichkeit und Kampfes erhöht. Das passt schon mal so. Für die Erfahrung und so. Muss ich halt dann mir merken, bevor ich die Quest abgebe, dass ich sie dann, ähm, ja, anziehe. Na, ja, gut, dann hätten wir das soweit. Ähm, hä, das bringt mir jetzt nichts. Ich kann die Waffe eigentlich nicht führen. Nicht umbauen. Ah, Alchemie wollte ich auch noch machen, genau. Mann, 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 mein Kopf. Ich bin so doof. So, ähm, Heiltränkchen. Kann ich, geht da was? Wasserflaschen. Immer diese Wasserflaschen. Da auch dasselbe. Da braucht man Wein zu viel. Ja, ja. Heiltränk geht auch nichts. Ja, dann Hupfengatsch. So. Puh. Ich meine, wir könnten schon die Konverter jetzt nacheinander ausschalten, ne? Könnten wir schon alle nacheinander abfliegen. Das wäre ja wurscht, oder? Machen wir da was Schlimmes kaputt? Ich hoffe nicht. Großer Aufzug. Ich weiß nur nicht genau mehr, wo die alle gestanden sind. Also kein Problem. Konverter etan zum Beispiel. Probieren wir es halt mal. Vielleicht ist es auch zu früh. Aber wir haben sonst eh nichts Besseres zum Tun. Also. Ist das eigentlich eh wurscht. Da vorne haben wir schon mal ein Öpferchen. Na, Fisch? Schleim? Dingsboss. Au. Na, jetzt muss ich echt aufpassen. Äh, ich wollte was trinken eigentlich. So, geht's. Küch gehabt. Alter, du saufig, ne? So, 160. Und einen Trank für Saufen. Super. Gut gemacht. So, okay. Gut gemacht. Ähm. Oh. Ähm. Hallo. Das ist natürlich nicht so gut. Er ist zum Glück schon hin. Ähm, ich müsste wieder was saufen. Oh. Äh. Einfach mal so ein paar Viecher umgehauen. Sehr gut. Ist noch irgendwo so ein Kackviech? Dass ich es wissen will. Ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Gut. Äh, Konverter. Ist das eine feindliche Drohne? Ja. Ist es. Komm. Schrott hauen. Sehr gut. Ja. Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Bei mir doch nicht. So, dann nehmen wir mal was. Da hinten war, glaube ich, auch so eine Kampfmaschine. Jetzt ist die Frage, ob wir den Krippel auch besiegen können. Oder nicht. So. Speichern mal. Äh, falsch. Hoppala, Entschuldigung. Das war der da oben. Der hier. Genau. So. Wir könnten den Versuch wagen, ne? Zwei ich jetzt den Duras nicht mit. Ah, wird schon werden. Ich meine, da hinten war ja mal sowas, ne? Der da. Ob wir den besiegen können. Vielleicht werden wir uns wieder anschleichen. Oh, das wollte ich so nicht. Vielleicht haben wir Glück. Wir können den umhauen. Oh. So viel zu meinem Glück. Passt der ist einmal hin. Da drüben ist noch so ein komisches Viech. Da ist er. Ein Wühler. Ah, Energie fehlt. Aber jetzt ist er hin. Na doch. Hoppala. Einschlag. Jo, geht ja. Ich war jetzt nicht zur Ast rein, aber was soll's. Okay. Wir essen wieder was. Und der Part ist wieder vorbei. Fürchte dich. Na ja, wenn wir schon am Ausradieren der Gegner sind, würde ich sagen, wollen wir es halt im nächsten Part, den Kerl da unten umzuhauen, ne? Und den Konverter hier auszuschalten. Na gut, ihr Lieben. Dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.